Sie suchen einen anerkannten Spezialisten für Heizung, Sanitär, Bad und regenerative Energien? Dann nehmen Sie die erste Wahl, den Meisterbetrieb Jörn Jansen aus Jever. Hohe Motivation, Flexibilität, Zuverlässigkeit und fachliche Kompetenz von Jörn Jansen und seinen Fachhandwerkern ermöglichen höchste handwerkliche Qualität aus einer Hand. Ob kleine oder große Probleme in der Sanitär- und Heizungstechnik, Jörn Jansen und seine Mitarbeiter können Ihnen dank sehr gut ausgestatteter Kundendienstfahrzeuge schnell und zuverlässig direkt vor Ort helfen. Und das am 365 Tag im Jahr. Ein Spezialgebiet von Jörn Jansen ist die Modernisierung von Bädern, auch Senioren- und Behindertengerecht, inklusive aller kompletten Handwerkerleistungen aus einer Hand. Hierbei wird das geplante Bad zunächst in 3D-Technik am Computer entworfen. Der Kunde kann sich somit im Vorfeld ein genaues Bild von seinem Traumbad machen. Die Arbeit mit regenerativen Energien ist ein weiteres, hoch aktuelles Spezialgebiet des Meisterbetriebs. Die Installation von modernen Solar- und Wärmepumpentechniken ermöglichen eine neue, kostengünstige Alternative der Energiegewinnung. Die von Jörn Jansen erstellten Referenzanlagen geben interessierten Kunden detaillierte Informationen und Einblicke in die moderne Heiztechnik. Ob Neuinstallation, Instandhaltung oder Wartung. Die Björn Jansen Sanitär- und Heizungstechnik GmbH ist stets Ihr richtiger Partner. Die Kamera Vielen Dank.